Herzlich Willkommen auf meinem Namen Marcel Darfers erst mal und zwar wir starten heute ein Selbstexperiment und so was wäre wenn ich Marcel Darfers vor 35 Jahren Spielentwickler gewesen wäre können wir starten noch gleich rein hier mein Name Marcel Darfers GmbH das habe ich viel Haarfarbe das kommt gut hin Pullover mäßig würde ich mich sagen ich zieh gerne ja und weiter so jetzt müssen unser erstes Spielprogramm da will das Thema Zeitreise Zombies Zombies das Genre Action Spiel natürlich 20.000 für das dabei nein ich würde sagen wir bleiben dem PC treu und machen natürlich ein 2D Grafenspiel und jetzt die Englisten Gameplay muss natürlich auch gut weil das ist ein Action-Songenspiel braucht keine Story vielleicht ein Bild aber einfach so ein Spiel wo man drauf Metzeln kann einfach nur Pam 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 Schlang 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 Dialog eher weniger Level dieser ein mehr künstliche Gänse muss auch hoch damit es halt Pam Pam gibt es also ich hoffe ich will den folgenden folgen nein den Grafik und nach wir sagen so so let's go jetzt komm mach mir ein klasse spiel sonst muss ich dir mein Auto verkaufen das will ich nicht mach mir die Bugs noch weg hopp 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 go veröffentlichen ein Zombie als ich habe das Spielspiel 1 genannt verdammt finde ich nicht so geil und wir sind meine Verkaufszahlen hallo kriege ich da nicht mehr glaube ich bin ich eher meine Güte ja hopp es geht aber weiter ok 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 ah hopp hopp besser als es ok es ist mittelmäßig also es geht gibt's da nein wir müssen ja das nächste Spiel machen da brauchen Kohle habe ich mit kohle was nehmen wir nennen wir spielen darf es die stelle kohle na ja so kommt die story gehen in abenteuerbach als story ein schön gehen wir haben wir schaffen mal was das beste ist hoffentlich die welt ist eigentlich schon sagen ja abenteuer ja sound ja die ganze mittelmäßige waren gerade ich bin weg und kommt 9 bucks verdammt nicht so gut ist nicht gut ist gar nicht gut gar nicht gut so hätte gestellt so kommt wir haben jetzt nicht mehr welt für zu neues darf es behalten ich bin ich auch nicht so geil so wir machen jetzt nix in dino darauf es muss groß sein wichtig und richtig meine freunde doch einfach komplett weg ok ja hab kann passieren hoch die lokum auch weg weiter geht's ich hab mal korschen endlich ich habe ja weniger von der sound am spiel geil ist überhaupt keine stimmt nicht heute gesehen immer noch immer wird es mit meinem pc auf also pc ist beste weiter geht's auf der rhein da habe ich kann nur stargames mit erfahrung zu machen wir steigen und das ist wichtig genau zwei punkte fehlen uns an der hacke überricht erstellt so über das spielrecht für 30 und nicht gut als unsere eigene forschung ich bin dieses poster hier hat irgendwie was geiles an sich wenn die schönen es ist geiler war ja wie er ist der manche von microsoft verdammt die jobs doch der finder von microsoft steve klopps ist ja der dieser von apple ich sollte mal weg bei der presse halten muss man google wer vielleicht im moment besser für mich minimal ja gut ja er wird erwähnt vielleicht umgekehrt wirklich nicht microsoft erfinder stimmt das ist ja der bill gates ich fühle mich nicht so ein bisschen richtiger bill gates ich gucke da so in meiner garage und machen meine spiele einfach aus wie die klicks fürs geld ich fühle mich nicht untergehen machen wir mal was probieren und machen das spieler aus soja verdammt aber ich muss das spiel was gutes werden damit wir nicht fett in dem minus kommen sind wir fett am arsch simulation nochmals sound grafik hoch und so ich brauche geld hat seinen moment ja wahrscheinlich komm gerne mal gerne mal man müsste irgendwas probieren macht das mal so da will ich viel Geld verdammt ich kann nicht mehr viel Geld ich muss mal neuer Team in der Forschung, ich habe einfach neuer Team in der Forschung ich habe die 50,000 geknappt so ich würde sagen wir machen jetzt eine erforschung und zwar um das erforschen ich denke ich mache jetzt hier auch einen cut ein bisschen vorspielen bis ich ein bisschen weiter bin sonst würde ich das alles hier wiederholen wir sehen uns dann gleich wieder ein bisschen mehr läuft. Leute mir was richtig blödes passiert ich bin gerade kurz hingegangen wollte mir was zu trinken holen einmal habe ich dann das gelesen so ich habe da vielleicht ein bisschen scheiße gebaut jetzt muss ich jetzt sagen ich weiß wie sich abbreitet fühlt ich bin pleiter ich weiß ja schoko scheiße aber trotzdem und wir sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann Ciao